Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, heute fange ich mit dem Vlog an und ich bin mal gespannt, wie die Woche sich so entwickelt. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen treffen werde. Denn ich bin Donnerstag auf einem Event eingeladen in Hamburg und da wird sich wahrscheinlich relativ viel jetzt drum drehen diese Woche. Ja, wir haben ein bisschen verschlafen heute Morgen und ja, aber alles gut. Gut, ja, das darf ja auch mal sein, denn die Nacht war mal wieder wild. Ja, normalerweise bekomme ich montags keine Pakete oder sowas. Es sei denn, es sind irgendwelche DHL Express oder keine Ahnung, GLS, DPD, Tüdelü Pakete, die ja wirklich heute auch zugestellt werden sollen. Also wenn die PR-Partner das quasi machen. Und deswegen habe ich hier jetzt auch zwei Paketis stehen, in die wir mal gleich reingucken können. Zwischenzeitlich mein ziemlich chilliges Outfit of the Day, denn es ist echt Sheetwetter heute und ich weiß nicht, ich habe Bock auf Gemütlichkeit. Das ist einfach ein lässiges Shirt über einer schönen, äh, ja, Leggings. Aufwerten kann ich das Ganze sehr wahrscheinlich mit den Produkten, die ich heute von MeinPunkt zugeschickt bekommen habe. Und da habe ich mir diese sehr witzigen Ohrstecker einmal ausgesucht. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Genauso wie diese Kette, die silber ist und, äh, ja, hier so eine rosa, ein rosa Verzierungsdingens hat. Sammi ist gerade vor die Tür gekommen und möchte rein tapern. Wenn der Türen öffnen könnte, ne? Jetzt schmollt Sammi. Und als nächstes habe ich Nachschub bekommen von Beauty Mates, was so gut ist, denn, äh, mir ist tatsächlich die Hyaluron Cream Boost, also diese hier, letztens leer gegangen. Und während ich euch einen hier erzählt habe, ist auch noch die Charmy Box eingetroffen. Die werde ich euch dann aber demnächst als komplettes Video abdrehen. Und die Tür ist auf, Sammi kommt rein. Ja, ja, Sammi darf dabei sein. Sammi darf immer dabei sein. Natürlich, du bist der, ähm, ähm, Hauptakteur in diesem wundervollen Video, kleiner Mr. Vau. Kleiner Mr. Schmuse Vau. Jetzt bringe ich aber erstmal die Unterlagen zum Steuerberater, die, äh, wir jetzt endlich auch komplett haben, weil da mussten wir noch auf ein Schreiben von der Deutschen Rentenversicherung warten. Ist ein bisschen viel, ne? Jetzt hat er aber, Schatzi, mir noch eine kleine Einkaufsliste mitgegeben. Es ist mal wieder so ein wunderschöner Einkauf, als würde ich für ein Kindergeburtstag einkaufen. Oh mein Gott, so viele Babysachen. Wir haben jetzt diesen Schlummerotter, sonst hätte ich das definitiv mitgenommen. Äh, ich glaube, ich muss mich hier ein ganz kleines bisschen austoben. Ah. Dieses Wetter verwirrt die Leute wirklich. Eben an der Kasse stand neben mir eine Lady, die hatte nur einen Tanktop und eine Hotpant an. Da habe ich gedacht, Mädchen, dir ist bestimmt eisekalt. Und eben an der Ampel stand neben mir auf dem Fahrrad. Also eine Fahrradfahrerin, die hatte einfach einen Wintermantel an. Aber die hatte auch eine hochrote Bombe. Ich glaube, der war ziemlich warm. Verrückt, oder? Naja, Hochsommer halt. Sagen wir einfach mal, der Kindergeburtstag ist etwas ausgeartet. Ja, also diese Tortilla-Chips und so haben irgendwie einen Euro gekostet. Ja, das ist dann ein paar Mal in meinem Einkaufskorb gelandet. Dann habe ich mir Linsen- ... ähm ... Linsen-Chips mitgenommen. Äh, eben so Kichererbsen-Chips. Die hatte, Schatzi, letztens auch im Aldi gesehen. Die fand ich auch ganz lecker. Äh, dann wollte ich das hier mal ausprobieren. Julius ist jetzt ja schon alt genug dafür eigentlich, ne? Ab dem achten Monat. Und der kriegt halt so gerne. Und vielleicht kommen diese Bio-Hierse-Stangen ganz gut. Ohne Zucker und Salz zu Salz. Einfach mal ausprobieren. Der hat jetzt ja seinen dritten Zahn. Und den möchte er wahrscheinlich auch einsetzen. Ähm, solche Waffeln habe ich eigentlich immer gerne hier. So als, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen Hunger oder sowas bekomme. Oder als schnelles Frühstück vielleicht. Das als schnelles mal eben zwischendurch. Darf auch mal sein. Raschel, raschel. Komm, die Alibi-Bananen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Esse ich aber super gerne im Muesli. Und dann habe ich die gesehen. Ich habe zwar eigentlich noch Toast und sowas hier. Aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Das ist halt mit Käse, Kürbiskern, Weizen, Vollkorn, Knäckebrot. Sah ganz ansprechend aus. Kann ich mir super vorstellen. So mit Frischkäse oder so. Das hatten wir letztens auch irgendwie bei Hellfresh mit dabei. Das können wir sowieso essen. Dann habe ich gesehen, dass Schatzi keine Schinkenwurst mehr hat. Dann habe ich ihm eine mitgebracht, weil ich für heute Abend auch Brötchen gekauft habe. Er hat ein Normans gekriegt. Ich habe so ein Weltmeisterbrötchen. Ich bin halt so ein Körnerbrötchen-Fan. Dann habe ich Nachschub von Rapsöl geholt. Das brauchen wir jetzt ja vermehrt. Dann habe ich für heute Nachmittag auch einfach mal, die sind ein bisschen gegritscht worden, Berliner mitgenommen. Dann für Schatzi auch einfach zum Snacken. Nippon in günstig. So rum. Ja, die waren halt auch ein bisschen günstiger als die Markenware. Ich habe immer gerne einfach Apfelmoos da, weil ich super viel mit Apfelmoos esse. Das ist einfach so Kindheit für mich. Also so bin ich halt groß geworden. Das ist tatsächlich eine kleine Eskalation gewesen, denn ich habe mir Fritt gegönnt. Ich habe es gesehen und wollte es haben und dann habe ich es mitgenommen. Ja, dann habe ich hier nochmal Küchererzenchips. Es ist halt wirklich viel Chips und so. Eigentlich stand auf unserem Einkaufszettel Süßigkeiten, Kaffee, Kakao und Apfelmoos. Ja, dann nochmal Linsenchips. Die liebe ich ja. Also die mag ich am liebsten von der, ist das Aldi-Marke, glaube ich? Aldi oder K&K. Die haben ja die Finders und Big Benz. Die mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich auch noch Kakao mitgenommen. Kakao ist echt teuer geworden. Kostet mittlerweile irgendwie 3,29 Euro. Das ist wirklich nicht ohne. Aber Schatzi ist ein Kakao-Junkie, deswegen durfte das wieder mit. Ja, und jetzt kommen wir auch ein bisschen zu Non-Food-Artikeln. Da habe ich einmal 2x A-Batterien mitgenommen und 3x A-Batterien. Die waren dort halt in dieser Aktionsware. Und die brauchen wir halt immer mal wieder. Wir haben die zwar auch als Akkus, aber manchmal ist man faul. Dann habe ich hier auch noch diese Winnie-Pooh-Sachen, da habe ich zugeschlagen. Das ist halt so, ich nenne es immer Teddy. Und Julius trägt das unheimlich gerne. Das ist jetzt ein bisschen größer, 86,92. Also dann eher so Richtung Winter wird das wahrscheinlich auch was werden. Vielleicht passt es ihm aber auch jetzt schon, weil manchmal fallen die ja etwas kleiner aus. Und es ist halt süß, ne? Es hat Öhrchen dran. Es ist mit Winnie-Pooh. Wow. Ja, warum machen die auch einen Winnie-Pooh-Absteller dahin, ne? Dann habe ich jetzt auch 3x aus der Aktion mitgenommen. Rittersport Nougat für Schatzi. Ähm. Crazy. Unser DHL-Bote kam dann doch heute mal vorbei. Da habe ich jetzt hier von Pasa, my first choice, ich habe so eine Schnullerbox gekauft für so unterwegs. Ich habe es jetzt öfters mal gehabt, dass ich mir gedacht habe, na, das wäre gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich jetzt mal eine da. Aber, äh, ja, das ist eins von den Produkten, die ich hier aufgeschrieben habe, die ich haben möchte. Ich weiß nicht, wie der von Netto schmeckt. Das muss ich mal ausprobieren. Wir holen halt super gerne die Espresso-Bohnen, weil die halt noch ein bisschen mehr geröstet sind, weniger Bitterstoffe haben. Oder mehr Bitterstoffe. Auf jeden Fall ist es magenfreundlicher, ne? Und, äh, damit machen wir halt ganz normal unseren Kaffee. Und, äh, ja, schmeckt. Gut, dann habe ich hier noch ein paar von diesen süßen Babysachen. Disney Baby, mhm, ja, das ist einfach knuffig, ne? Ja, das sind halt so, äh, Bodys, Kurzarm-Bodys. Und das sind zwei verschiedene. Und, äh, da sehen wir ja auch, dass da einfach so so Motive drauf sind. Deswegen mussten die definitiv mit. Dazu passend auch die Hosen in 74, 80, ne? Ja, ich mag Benipo, das ist einfach niedlich. Und dann habe ich mir gedacht, komm, vielleicht mal so ein kleiner DVD-Abend mit Schatzi. äh, Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse habe ich jetzt hier einfach mal mitgenommen. Die gibt es ja auch immer wieder beim Netto. Und da gucke ich auch immer wieder. Auch wenn wir Amazon Prime und Netflix und so weiter haben, finde ich das eigentlich auch manchmal ganz angenehm, wenn man einfach mal so eine DVD hat. Und wir haben ja auch tatsächlich, äh, relativ, ja, eine schöne DVD-Sammlung, ne? Und dann habe ich hier noch Babysöckchen in 74, 80 mitgenommen. Auch von Winnie Pooh. Das sind, äh, sechs Paar. Und, äh, das ist einfach süß. Ja, ne? Das Mann-Haul. Ein paar Stunden später, äh, bringen Julius und ich jetzt, ähm, nein, Schatzi bringt sein Auto zur Werkstatt und wir holen jetzt Schatzi von der Werkstatt ab. So, das ist die richtige Formulierung, genau. Das ist jetzt unser Plan. Das heißt, Julius und ich machen einen Roadtrip. Ist nicht weit. Und um noch ein paar Sonnenstrahlen in der Natur genießen zu können, habe ich mir Sammy und Julius geschnappt. Und, äh, ja, wir sind jetzt hier im Wald. Das ist wie ein Märchenwald bei uns. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Bis zum nächsten Mal. Das ist so schön. herzlichen willkommen in den heiligen a.k.a. mein Lager. Das habe ich jetzt ja hier oben hingeräumt und da seht ihr auch schon sortiert die Kästen, die ihr auch schon in meinem Pflegevideo gesehen habt. Und ja, ich packe jetzt nämlich ein paar Gewinnerboxen, die ich dann in den nächsten Tagen auch versenden möchte und da kann ich mich dann hier entsprechend austoben. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 So schaut das dann aus, wenn die Boxen fertig gepackt sind. Also das sind jetzt hier fünf Boxen gewesen, die ich auch ausgelost hatte. Und ich kann euch hier ja einfach mal so zeigen, was in so einer Box dann drin ist, die man gewinnt. Und natürlich kommt hier auf jeden Fall auch noch ein Kärtchen von mir mit dabei, wo ich ein paar liebe Worte drauf schreibe. Und ja, da habe ich dann hier einmal zum Beispiel ein Gesichtspeeling, eine Gesichtscreme, dann ein kleines Gimmick ist auch noch mit dabei. Das ist jetzt ein Keksteigausstecher, saisonal nicht ganz so am Start. Hier habe ich dann auch so ein bisschen Schmuck auch immer mit dabei oder ja nicht immer, das ist ja immer ganz bunt gepackt. Dann ein Kajalstift habe ich hier mit drin, eine schöne Maske, das finde ich auch immer ganz nett. Dann habe ich hier nochmal Lashes drin, Sammy kommt auch um die Ecke, ja moin, der will auch mit machen. Eine Lidschattenpalette habe ich hier mit reingepackt, dann habe ich hier noch ein Lippie, ein Kopfhautpeeling habe ich drin. Das hier ist ein Serum, eine Handcreme und das ist ein Toner und das wäre dann so der Inhalt von einer Box, die man so gewinnen würde. Was ist Sammy? Willst du auch eine Box gewinnen? Du bekommst hier nur eine Box, du bekommst noch viel, viel mehr. Du bekommst ein ganzes Haus voller Liebe, nur für den kleinen süßen Mann. Und dann mache ich hier ein bisschen was von Verpackungsfüllmaterial gegebenenfalls rein, das wird natürlich immer aufbewahrt. Das ist ja aus Boxen und so weiter und genau, dann kommt der Versand auf Kleber drauf und dann geht die Party ab, ne Sammy? Und ja, ansonsten habe ich hier auch noch leere Adventskalender, die dieses Jahr auch neu befüllt werden möchten. Also das wird dann in der Adventszeit so verlost werden. Dann ist das hier für etwas größere Sachen auch noch so, Verpackungsfüllmaterial. Da habe ich etwas für die liebe Marion drin, was noch verschickt werden möchte. Und so schaut es dann hier quasi aus. Wenn ich mich auch umschaue. Genau, da sind so Special Boxen und hier habe ich dann auch meine Boxen sortiert. Sammy schnüffelt sich das schon mal zurecht. Hier habe ich dann die leeren Boxen, die ich dann befüllen kann. Und das ist eigentlich ein Schuhschrank, der muss noch auf die andere Seite der Wand, aber da wird ja gerade hart renoviert, wie man sieht. Und hier sind auch noch ein paar Geschichten. Hier vor die Heizung, also auch vor das Fenster, wollte mein Freund mir demnächst noch einen kleinen Schreibtisch stellen, dass ich da dann quasi auch immer die Boxen packen kann, weil dieser Schrank ja bald weg sein wird. Und das ist mein kleiner Helfer. Quasi mein, ähm, ja, ähm, Geschenke-Elf. Sammy, wie nennen wir dich denn an dieser Stelle? Hm? Mein, meine gute Seele, genau. Herzlich willkommen im Chaos. Ja, so sieht das tatsächlich jetzt gerade auch hier aus. Ähm, ja, Julius schläft. Oben werden, äh, wird das Bad gemacht. Da werden Fliesen gelegt, deswegen ist es ein bisschen laut. Unser Nachbar ist am Hecke schneiden und, äh, unser Staubi fährt. Deswegen ist es gerade ein bisschen laut. Unser, äh, S-Tisch liegt voll mit Sachen, weil ich, äh, die Verlosungspakete ja gestern gepackt habe und dann heute versenden möchte. Versand auf Klebe habe ich auch schon gedruckt. Und, äh, jetzt zeige ich euch mal mein Outfit of the Day. Ja, das ist mal wieder eine Leggings. Es sind entspannte Schuhe mit Weihnachtssocken, natürlich. Dann habe ich ein weißes, äh, Töppchen an und eine lässige Strickjacke drüber. Und ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen hier. Sieht echt aus wie Sau und wir kriegen heute Besuch. Und weil mir das drinnen alles irgendwie zu wild ist und auch zu heikel, ob ich Julius wecke, packe ich einfach hier draußen die Pakete. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich ein kleines Testschminkie mache mit den Produkten, die ich gerne auch mitnehmen möchte auf das Event. Und, äh, ja, da wollte ich jetzt einfach auch mal schauen, wie lange das so dauert. Huch, bis ich mich schminke, weil ich weiß nicht, ob ich mich dann morgen schminke, bevor ich losfahre. Das ist eigentlich eher blöd. Oder ob ich das mache, wenn ich dann dort in Hamburg ankomme. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben es jetzt 13.50 Uhr. Julia schläft eine Etage tiefer. Und, ähm, ich schaue mal, welche Produkte ich dann tatsächlich auch mitnehme. Weil ich möchte ja auch gar nicht so super viel Gepäck mithaben. Für den Look würde ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde brauchen. Aber ich weiß noch nicht, ob er mir so recht gefällt. Ähm, ich finde, dass er an manchen Stellen, also die Foundation, die ist mega. Die ist richtig, richtig gut, finde ich. Aber ich finde, dass irgendwie Blush und Bronzer vielleicht ein bisschen zu intensiv sind. Da habe ich jetzt hier von Catrice nämlich die Palette verwendet. Ähm, aber der Augenlook, den finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn er ein bisschen dunkel und einfach was anderes ist, ne. Aber ich habe vor, ein rotes Kleid zu tragen. Ich weiß nicht, ob das dazu passt. Der Lippenstift passt auf jeden Fall perfekt zur Palette. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, Schatz, die hat gesagt, der Look sieht gut aus. Die Kombi von diesen beiden Mascaras ist übrigens der Wahnsinn überhaupt, ne. Das ist diese Mesauda Big & Thick und die Nabla Vicious hammermäßig. Und ich finde auch, dass die drei super zusammenpassen. Von LH Cosmetics ist das nämlich dieser Sparkle in Delish. Dann hier die bärenfarbene Quad-Palette, die neue von Nabla. Und hier in Seductive müsste das sein. Habe ich hier von Viana Beauty den Lippenstift. Das sieht echt großartig aus. Und jetzt möchte ich meine Nägel lackieren. Ich bin nicht den ganzen Tag hier oben gewesen, keine Sorge. Nein, wir hatten heute Besuch erst von meiner Schwiegermama in Spie, die dann auch ihren Oma Julius Tag hatte. Und später sind dann auch Freunde von uns gekommen, mit denen wir einfach eine sehr, sehr schöne Zeit hatten. Und da ist auch das Thema Freundebuch mal wieder aufgekommen. Auch wenn man über 30 ist, ist das tatsächlich ein sehr schönes Thema. Habt ihr damals auch Freundebücher geführt? Also irgendwie ist das ganz cool, auch jetzt im Erwachsenenalter nochmal drüber nachzudenken, sowas vielleicht auch in der Freundeskreis-Geschichte mal rumzugeben. Und jetzt wartet noch ein Video auf mich. Da drehe ich nämlich jetzt das Charmy Box Unboxing. Mein Akku ist schon wieder leer. Habe ich denn so viel hier schon geredet? Was ich vor meinen Videodrehs mache? Nun, ich nehme mir zuallererst die jeweilige Box, die ich dann unboxen werde. Da ich eben meine Fingernäle geschnitten habe, ist es etwas schwierig, dieses Paket zu öffnen. Nehme mir dementsprechend eine Schere und öffne das Paket. Ich weiß wirklich noch nicht, was drin ist. Also ich weiß, dass ich ein Auswahlprodukt von der Lina mir auswählen konnte. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, welches das war. Da bin ich jetzt auch einfach mal selber sehr gespannt drauf. So. Zack, Sammy kommt auch schon um die Ecke. Hier haben wir dann die wunderschöne Charmy Box. Dann nehme ich mir als nächstes dann immer meine, mittlerweile nehme ich mir das, ja. Meine hochprofessionellen Mikrofondinger. Das ist von Cosmica, nee, Comica, genau. Ihr hattet mir jetzt auch schon als Feedback gegeben, dass der Ton sich irgendwie nicht mehr so klar anhört. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mein altes Mikro behalten möchte, ob ich dieses hier behalten möchte. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren, ne. Das ist halt immer so eine Sache. Ich habe es mir jetzt erstmal lässig angesteckt. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie blöd, aber, ne, weil weißes Oberteil, schwarzes Mikro. Kann ich vielleicht das einmal so umklappen? Das geht natürlich auch, ne. Dann sieht man das nämlich nicht im Video. Mal gucken, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Und das hier stecke ich dann in meine Kamera. Die habe ich nämlich unten gehabt zum Aufladen. Da muss ich eine Speicherkarte in meine Kamera machen. Sammy, pass auf mit deinem Schwanz. Der darf reichen nicht drüberfahren. Oh, dieses Mal gab es eine BB-Cream mit dazu. Dann mache ich meine Cameram an, richte sie ein bisschen aus. Muss ich nach einer Bearbeitung machen, dass es auch gerade ist. Das Thumbnail. Und dann geht die Party ab. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Charmy Box aus dem Monat Juli und August. Denn die erscheint alle zwei Monate. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist nicht nur dunkel draußen mittlerweile geworden, sondern auch schon relativ spät. Wir haben es jetzt halb zehn. Ich habe jetzt gerade nochmal mein Halara-Haul-Speakover gedreht. Oh je, meine, morgen um diese Zeit setze ich im Auto und fahre nach Osnabrück, um von Osnabrück aus mit dem Zug nach Hamburg zu fahren. Und mir ist nämlich heute Morgen eingefallen, dass ich nicht morgen Mittag fahre, sondern tatsächlich morgen früh. Und ja, das heißt, ich muss definitiv heute noch packen und dann auch festlegen, was für Schminke ich mitnehme. Naja, wir schaffen das schon. Es ist halt wirklich so ein, also so eine Art von Event habe ich halt auch einfach noch nicht erlebt. Und deswegen bin ich mega aufgeregt. Ich habe heute Nacht auch nicht so mega fantastisch geschlafen, weswegen ich jetzt die Mama-Routine von Beauty Mates auch machen werde. Und ihr seid mit dabei. Ihr bekommt gerade auch mit Claudie 30, 30 Prozent Rabatt bei Beauty Mates. Und da verwende ich jetzt zuallererst den Augenlifting Booster. Da haben wir Niacinamide drin, also Vitamin B3 und ein Phytokomplex. Und das macht tatsächlich, dass die Augenpartie, die untere Augenpartie fester wird. Also tierversuchsfreie Kosmetik ohne Rampampam, also ohne Parfüme, ohne PEGs, ohne Parabene. Mega cool. Und die sitzen in Deutschland. Und es ist, ja, ein bayerisches Unternehmen. München ist es, glaube ich. Da habe ich jetzt hier auch meinen geliebten Koffein-Wake-Up-Booster mit Koffein- und Kupferkomplex. Das macht halt auch ein sehr belebendes Gefühl. Das gebe ich mir aber super gerne in die Hyaluron-Cream-Boost. Das ist ein 24-Stunden-Feuchtigkeits-Depot. Die habt ihr ja gesehen, habe ich jetzt neu, weil ich meine aufgebraucht hatte. Das heißt, wir haben mit der Rostkastanie halt so einen Inhaltsstoff hier drin, was die Feuchtigkeit in der Haut sehr gut hält. Ich muss jetzt mal vom Deckel abknocken. Kein Produkt verschwenden. Und gebt mir da noch ein bisschen mehr in die Hand. Ich mag das einfach super gerne. Und ihr könnt ja diese Booster, die sind ja dreimal so hoch konzentriert wie normale Serien. Eins, zwei, drei, bis zu drei Tropfen in eure Creme, in die Creme eurer Wahl mit reinmischen. Und ich habe euch auch die ganzen Produkte in der Infobox verlinkt, beziehungsweise ihr findet den Link zu meiner Landingpage, wo ihr dann auch dieses Set findet. Ja, und ich mag einfach die Produkte von Beauty Mates. Die funktionieren super mit meiner trockenen, sensiblen Haut. Und wie gesagt, jetzt gerade brauche ich die Mama Routine einfach, um etwas mehr Leben reinzubringen. Jetzt strahlt die Haut, sie ist gut genährt. Das geht halt auch wirklich schnell. Und das mag ich. Also sehr empfehlenswert. Schaut in der Infobox, wie gesagt, vorbei. Und mit Claudie 30 bekommt ihr gerade 30% Rabatt. Und dann kommt weiterhin natürlich noch Sonnenschutz. Ich gucke nach draußen. Ja, die Sonne scheint definitiv. Und da kann ich auf jeden Fall Lichtschutzfaktor gebrauchen. Bevor man Make-up über Lichtschutzfaktor aufträgt, sollte man den Lichtschutzfaktor auch ein bisschen einziehen lassen. Hier habe ich jetzt einen von Isntree. Den hatte ich, glaube ich, mal irgendwo in einem Adventskalender drin. Und den arbeite ich mir jetzt schön in die Haut ein. Ich präsentiere das Outfit of the Day. Ja, das ist ein mega gemütliches Teil. Ich glaube, das kommt von C&A. Ich habe dieses Oberteil ständig an. Dieses T-Shirt ist ziemlich alt. Wo kommt das nochmal weg? Das kommt von Nakatano. Aber Nakatano gibt es gar nicht mehr. Ein ganz gemütliches, langes T-Shirt. Und die Leggings kommen von Halara. Meine Lieblingsschlappen und Herzchensocken. Projekt Tasche packen startet. Jeansjacke passt irgendwie immer zu allem. Deswegen wollte ich die mitnehmen. Das ist die Tasche, die ich gerne zu dem Kleid abends tragen möchte. Ich weiß noch nicht, welche Strumpfhose, welchen BH oder was auch immer ich da drunter tragen möchte. Das ist mein Outfit, was ich quasi auf der Hinfahrt anhaben werde. Ja, habe ich schon mal angefangen. Ein bisschen Beauty. Ich finde auch weiße Sneaker passen immer. Die möchte ich eigentlich auch ganz gerne zum Kleid tragen. Das ist mein Schlafoutfit. Und das ist mein Rückfahroutfit. Und das ist der Hund meiner Herzen. Das ist ein Käpt'n neugierig. Und da war eben Julius und hat mir zugeguckt. Aber wenn man mal jetzt so ein bisschen herauf und runter laufen muss, ist Julius bei Papa. Und Sammy? Schnüffel. Genau, verteil mal deine Haare. Dann da freue ich Ihnen nämlich auch ein bisschen was von dir, was ich mitnehmen kann. Ja. Tari, Tara. Die Post war da und hat mir ein paar Sachen gebracht. Ein PR-Paket von Benefit. Da sind zwei Neuheiten drin. Das hier ist so ein Moisturizer. So rum am besten. Und das nennt sich Smooth Zip. Und damit soll man geglättete Poren bekommen. Und da bin ich auch einfach mal gespannt, ob man das vielleicht sogar auch als Primer verwenden kann. Denn dann wäre das auf jeden Fall mal eine ganz interessante Geschichte für mich zum Schminkie verwenden. Das hier wird auf jeden Fall in einem Schminkie verwendet. Und zwar ist es dieses neue Goof Proof Brow Powder. Ich hatte euch ja auch schon mal gesagt, als ich den Goof Proof Brow Pencil ausprobiert habe, dass der eine sehr pudrige Textur hat. Und ja, das haben die jetzt auch als Puder rausgebracht. Ich habe das auch in der Farbe 2 Warm Golden Blonde bekommen. Und so schaut das dann aus, wenn man das von Benefit bekommt. Dann habe ich bei Lise Cosmetics bestellt. Das ist diese Lidschattenpalette. Die musste ich mir natürlich selber zusammenstellen, weil du bekommst die Lidschatten einzeln geliefert. Und die Leerpalette, das sind Glitter Shades auf der linken Seite und auf der rechten Seite Duochromes. Das sieht man so, glaube ich, gar nicht richtig gut. Muss ich auf jeden Fall dann mal swatchen und euch dann auch mal im Einsatz zeigen. 160 Euro, Leute. Zieht euch das rein. Mal gucken, ob die mehr kann als die Denise Myricks. Die war nämlich überragend. Mal schauen. Dann habe ich ein PR-Paket bekommen von Peerish. Die Full Fantasy Collection ist nämlich auch dort eingezogen. Ich weiß nicht, ob aktuell auch Claudies Welt 15 gilt. Ich denke schon auf Luna Beauty. Und das ist die Kooperation mit Laura Lee. Die Lidschattenpalette, die Blushpalette. Werde ich gleich auf jeden Fall schon mal ausprobieren. Hier habe ich von Jepoda noch ein Paket zugeschickt gekriegt. The Glow Up Box. Das ist von Jepoda mit Bao Chi. Das nenne ich mal prall gefüllt. Hier haben wir einmal ein bisschen Masken-Nachschub von The Recovery Moment. Und dann habe ich hier nochmal den Calm Balm. Das hier dürfte ein neues Produkt sein. Get Glassy. Das ist ein Tinted Face Balm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich schon bei Kati gesehen, bei Contra Junkie. Dann habe ich hier nochmal ein The Mist Have Julius eskaliert. The Make My Day Cream und The Bubble Double. Und genau, hier unten haben wir auch noch Get Glassy. Nee, Get Glossy. Das ist der Lip Gloss bzw. das Lippenöl. Und dieses Paket ist so klein, das habe ich fast vergessen. Und zwar habe ich mir von Rossmann ein paar Neuheiten bestellt. Der liebe Maxim hatte nämlich die Marke NUM vorgestellt. und das möchte ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Okay, möglicherweise bin ich mega nervös und habe gefühlt meinen ganzen Plan über den Haufen geworfen, was ich an Schminke mitnehmen möchte. Ja, ich mache jetzt nochmal einen Testschminki. Und es ist jetzt 5 Uhr und Julius ist gerade mit Oma und Opa unterwegs. Und ich gucke jetzt mal, ob es auch in einer halben Stunde dann klappt, was ich so vorhabe. Und vielleicht wird der Augenlook dann etwas dezenter. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Also ich weiß jetzt nicht, ob mir der Look von heute besser gefällt oder von gestern, weil das hier ist jetzt natürlich sehr dezent, aber auch sehr glowy, sehr glamour. Ist auch irgendwie cool, ne? Ich muss mal gucken, was ich dann tatsächlich morgen Abend dann trage. Ich bin auf jeden Fall mit der Base sehr zufrieden. Hier habe ich die Dior Foundation aufgetragen. Die ist mir zu trocken tatsächlich. Hier habe ich die Nabla Skin Realist. Die ist deutlich besser. Ihr steht auch tatsächlich jetzt hier so im Sonnenlicht, ne? Und da sieht man dann auch ein bisschen besser, wie die Haut auch wirklich aussieht. Die Wimpern, die gehen ab wie ein Zäpfchen. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe wieder mein Granulash Wimpernserum am Start. Und ja, die Mesauda Mascara zusammen mit der Nabla Vicious. Das ist der Hammer. Und jetzt habe ich von Linda, nach Quatsch, von doch Linda Harberg die Sparkles genommen. Und die Luna Beauty Dingenskirchen Palette verwendet. Mega. Richtig, richtig schön in Kombi eigentlich, ne? Aber ich weiß nicht, ob mir das vielleicht sogar zu, zu dezent ist. Heute wird nichts dem Zufall überlassen. Deswegen habe ich meine Dalton Augenpatches drauf. Die Lifting Augenpatches. Beziehungsweise, es wird doch einiges dem Zufall überlassen. Ich habe nämlich verschlafen. Aber trotzdem bin ich gut in der Zeit. Es ist jetzt ungefähr halb neun. Und um halb zehn wollte ich hier los. Dass ich ungefähr um halb elf dann auch meinen Zug bekomme. Dann läuft alles ganz entspannt. Und draußen ist richtig blödes Wetter. Ich muss ein Schirm mitnehmen. Hier hätten wir mein Reiseoutfit of the day. Es ist einfach super chillig, ne? Ich habe jetzt nicht die Jeansjacke angezogen, weil ich die gerne heute Abend anziehen möchte. Und ich habe auch andere Schuhe angezogen. Das sind eigentlich meine Spazier-Gehschuhe. Die sind aber halt einfach super bequem, weil es regnet und regnet und regnet. Ein Hoodie, ganz einfach, über T-Shirt und Top. Eine Leggings von Halara. Ich habe auch schon heute ganz viele Sprachnachrichten und Bilder und generell Nachrichten von meinen Kolleginnen bekommen, die sich alle mindestens genauso freuen. Das ist schon wieder Bimmel. Ja, dass man sich einfach mal live trifft und so. Und das wird so aufregend. Ich freue mich. Das wird so großartig. Und ich bin natürlich auch super gespannt, was Maxim da mit Riva Love Me gebastelt hat, ne? Am Bahnhof angekommen. Und ja, bei einer Strecke, die normalerweise easy peasy 20 Minuten dauert. Das Ganze mal 45 Minuten lang. Ich zitter. Ihr merkt es, ne? Großartig. Ja, aber der Zug hat auch Verspätung. Das heißt, einfach mal kurz durchatmen und warten. Und dann geht es auf jeden Fall los. Ja, das da hinter mir ist nicht mein Zug. Da ist ja noch, ne? Aber ich bin so aufgeregt. Das wird der Wahnsinn. Ich sitze. Ich fahre. Und kann in zwei Stunden arbeiten. Aber hier ist Ruhezone. Hallo Hamburg. Ein wunderschönes Wetterchen. Läuft. Ich suche mir jetzt irgendwas, wo ich ein bisschen was trinken kann. Ein bisschen was essen kann. Beziehungsweise mit dem Essen warte ich noch auf Sarah Isabel. Und tatsächlich einfach, wo ich einfach warten kann. Ja. Und WLAN. WLAN wäre auch nice. Jetzt haben wir hier auch so ein schönes Barzeichen im Hintergrund. Und natürlich ein bisschen Regen. Und seht mal. Da ist jemand. Liebe Sarah Isabel ist auch mit am Start. Wir haben uns besucht und gefunden. Richtige Touri. Touri-Grund. Ja, aber echt. Und wir werden uns demnächst auch noch weiterhin vermehren. Also mal gucken, wer sonst noch uns so über... So, ne, werden wir nicht. Mal gucken, wer uns sonst noch so über den Weg läuft. Ich Baseball Die Rose. but now I'm seeing all the signs. Und das haben wir noch nicht. Das ist passiert. Da ist dran für dich also ein Sinn passiert. Und ich glaube nicht, dass es ist verdade. Oh das ist mir schon зад Print in Mind. Das ist das passiert. Musik rüberdenken. Ich habe ja Turnschuhe. Ja, okay. Also ich habe auf jeden Fall mir eben noch Schmuck gekauft. Das ist von Christ. Das ist einmal Ohrringe und diese schöne Kette, muss ich wirklich sagen. Dann ein kleiner Blinky von Bijou Brigitte. Der passt nicht so ganz. Ich bin gerade sprachlos. Ich habe jetzt einfach mal die Beauty Bag aus... Ich bin immer noch platt, Leute. Die, äh... Wow. Die Goodie Bag ausgepackt. Und hier sehen wir dann einmal die Produkte. Wir haben Leckereien. Linsenchips finde ich auch großartig. Kokoswasser für den kleinen Durst. Ein paar Dinkelherzen, die mag ich sehr gerne. Dann hier noch ein Peeling-Konzentrat mit AHA, also mit Glykolsäure. Ein mega geilen Nagellack. Stehe ich ja voll drauf. Noch ein bisschen Naschi. Dann, das wollte ich auch tatsächlich mal ausprobiert haben. 120 Stunden den Moisturizer. Dann Bye Bye Baby Haar. Und, äh... Wow. Ich bin einfach geplättet, ne? Ein Retinolampullen. Ein Pre-Sun-Pflegeöl-Spray. Also quasi, bevor man in die Sonne geht. Auch interessant, ne? Immunshot für morgen früh wahrscheinlich. Und dann nochmal dieser Nagellack. Den hat sich tatsächlich meine Freundin jetzt gerade erst gekauft. Und die findet ihn großartig. Also auch richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank, Rossmann. Also wie gesagt, ich bin hin und weg. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Es ist einfach krass. Hammer. Ich werde in diesem Video auch eine Verlosung machen. Nicht die Produkte. Da wird nämlich ein Großteil tatsächlich bei mir bleiben. Und wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen verbraucht und verwendet und aufgegessen werden. Aber ich verlose einfach ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Das mache ich normalerweise ja nicht in meinen Vlogs. Aber das wollte ich jetzt heute einfach mal machen, weil ich einfach geplättet bin und euch auch einfach an meiner Freude teilhaben lassen möchte. Und das eben nicht nur durch den Vlog, sondern halt auch generell, ne? Also alles, was du dafür tun musst, um an der Verlösung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen gucken, dass ich mich fresh mache. Und dann haben Sarah, Isabel und ich uns zum Schminken verabredet. Über mir schlägt übrigens die liebe Kathi, Contra-Junkie mit ihrer Freundin. Und ja, Sarah, Isabel und ich machen uns hier jetzt gerade mal so ein bisschen Mädchen-Style fertig und versuchen, das Licht, was hier ist, auch gut zu nutzen. Wir haben ja auch ein großes Fenster. So chaotisch sieht es übrigens dann aus, wenn man sich so schminkt. Das ist, wie sie einfach jedes Mal zum Fenster läuft, ne? Großartig. Hier haben wir dann das Repertoire von der lieben Sarah, Isabel. Ich bin sehr gespannt, was sie so zaubert. Sie hat nämlich hier diese fantastische Lethal Cosmetics Wildflower-Palette. Oh mein Gott. Aber sie hat auch noch irgendwie... Weitere sehe ich auch noch. Der Wahnsinn. Der Kreis hat sich vergrößert. Sieht man das? Nein, das sieht man nicht. Ich filme gegen das Licht. Schaut mal. Okay. Das war's. 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 Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Also herzlichen Glückwunsch, Maxime. Aber wie ihr seht, ich bin echt müde. Ich habe ja diese Nacht nicht viel geschlafen. Ich werde jetzt erstmal duschen, dann ins Bett gehen und dann geht's morgen weiter. Habe ich euch überhaupt mein Outfit gezeigt? Ich hatte ganz einfach meine weißen Sketcher-Sneakers an, dann dieses wunderschöne Kleid, was ich bei Amazon bestellt habe von Kapschi und ja, ne, so sah ich aus. Jeansjacke drüber. Läuft! Ich bin gerade etwas erstaunt, denn ich habe jetzt mehr in meinen Koffer reingekriegt, als bei der Anreise. Vielleicht liegt das daran, dass ich heute die Jeansjacke anziehe und die nicht im Koffer ist. Ich habe aber sogar mein zweites Paar Schuhe da reingekriegt und so. Und ich habe ja auch noch meine Goodie-Back da reingekriegt, wobei ich auch einige aus der Goodie-Back schon in diesem Bauch drin habe. Genau, das ist jetzt mein Abreise-Outfit of the day. Da habe ich jetzt meine eigentlich Spazier-Gehschuhe. Ich glaube, die habe ich tatsächlich sogar mal vom Aldi oder so gekauft. Dann habe ich eine Leggings. Die habe ich tatsächlich vom Rossmann mal gekauft in der Ideenwelt. Die ist auch super bequem. Das einzige, was mir hier fehlt, sind die Taschen. Die fand ich gestern schon sehr praktisch. Dann habe ich hier ein One-Shoulder-Gedönsen. Ich weiß nicht, ob das von C&A kommt oder so. Ist auf jeden Fall auch super bequem. Darunter habe ich einfach ein schwarzes Top. Hier so ein Kummerbund-Gürtel-Gedönsen, weil ich mir gedacht habe, komm, so ein bisschen. Und ja, das wäre dann das Outfit des Tages. Gute Morgen. 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 Mysterybox Face und Mysterybox Eye fokust und dann noch diese Tasche mit dazu. Dann habe ich ein Paket von dem lieben Danny bekommen. Kindheitserinnerung ist unser Tauschpaket-Thema. Dann habe ich hier von Ringana etwas bekommen. Eine ehemalige Kollegin von mir hat nämlich dort angefangen und hat mich gefragt, ob ich vielleicht das eine oder andere ausprobieren möchte. Dann habe ich mich da umgeschaut und werde dann auch demnächst mal ein Video dazu drehen für euch. Dann ist tatsächlich schon der erste Adventskalender eingetroffen. Ja. Ich weiß. Kommt im August online und eine E-Docs-Box, weil ich habe den E-Docs-Adventskalender bestellt und dann gab es irgendwie für relativ günstiges Geld auch noch die Box mit dazu. Das wird auf Claudis Bunte Welt online kommen. Das werde ich dann mit Sammy zusammen aufmachen. Aber erstmal räume ich hier diesen Korb hier aus und ich glaube, dass ich heute aber versuche, so ein bisschen Zeit im Garten zu verbringen, denn unser Vorbeet blüht. Ja, und da blüht auch einiges, was da eigentlich nicht hingehört. Das ist mein Garten Outfit of the Day. Das kommt glaube ich für ein Ernstlings Family. Das ist immer noch meine Reise-Leggings. Ich ziehe mir aber gleich andere Schuhe an und ich habe mich dick eingecremt, denn die Sonne kommt auch ein bisschen raus. Ne? Safety first. Das ist immer noch eine Schuhe-Leggings-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs es ist zwar echt nicht perfekt also das ein oder andere ist da noch zwischen aber ich hoffe dass es für euch genauso satisfying war wie für mich wenn ich das jetzt wahrscheinlich auch noch schneiden werde also das video weil das dann alles etwas schneller geht ja aber die realität ist ich habe noch einiges vor mir aber nicht heute na dann lohnt sich die dusche heute abend hier mal so richtig herzlich willkommen im wochenende ja mein outfit of the day ist dieses wunderschöne blaue kleid von arm abend angels was ich in der kooperation bekommen habe und das ist großartig ich finde das ist sehr hochwertig ist jetzt ungebügelt aber wir kommen damit klar weil ich werde heute auch filmen da sieht mich ja eh nur bis hier maximal wobei ich auch ein video mit semi drehen wollte und deswegen ein längeres kleid ansonsten wird es ein bisschen kritisch genau ja und dann geht der tag der samstag jetzt heute einfach mal los ich habe ein bisschen länger geschlafen weil ich war einfach platt muss ich wirklich sagen also gestern war einfach ein heftiger tag und da musste ich einiges an ruhe nachholen aber schatzi hat dann natürlich sich berührend um julius gekümmert der sich dann auch noch eine kleine mütze schlaf gegönnt hatte ich starte jetzt mit meinem ersten video dreh da werde ich definitiv natürlich das set von maxim verwenden also die galaxy bei maxim collection mit river loves me es ist einfach eine so große limited edition und ich bin so froh dass er die auch so rausgebracht hat mal gucken wie die dann auch in meinem gesicht performen wird sami als seelische unterstützung ist selbstverständlich auch mit am start wir hatten gerade lecker spagetti bolognese also nicht sondern schatzi und ich und dann werde ich halt auch ganz nebenbei noch mal das neue river loves me sortiment mit testen da bin ich auch sehr gespannt drauf so schaut es hier auf meinem tisch aus mein kleiner beobachter mr bau weil mit sami werde ich gleich auch definitiv noch ein video drehen mal gucken ich habe gerade seine couch leider etwas vorgestellt ich glaube die muss ich leere und sonst ist der kleine mann traurig den möchte ja auch mal bequem liegen also wenn das video hier draußen ist online geht dann ist die kollektion auch schon in den theken was ist das also dieser skin enhancer den habe ich mir auch all over aufgegeben und auch punktuell als highlighter richtig gut dieses eye glaze definitiv empfehlenswert vor allem in kombination mit der lidschattenpalette meiner meinung nach ein muss krass der lipglow gefällt mir auch oder lipgloss gefällt mir richtig gut der pinsel ist wahnsinnig gut maxim das hast du richtig gut gemacht ich habe gerade das tauschpaket von denny ausgepackt und das war doch sehr sehr emotional ich bin gerechnet ne kindheitserinnerung ich habe jetzt gerade auch noch post bekommen und da hat mein dhl wurde auch tatsächlich gefragt was ist das hier mit den orangenen paketen irgendwie stelle ich da jeden tag mehrere von irgendwo zu ja ich habe nämlich eine testbestellung gemacht bei timu also da habe ich selber bestellt ne 20 teile aus verschiedenen kategorien und da bin ich jetzt auch einfach mal sehr sehr gespannt wie die teile bei mir ankommen und ob sie alle ankommen und wie die qualität auch ist da bin ich einfach gespannt drauf statt sie sagte schon spoiler ist wohl nicht so der knüller aber ja ich werde mir das einfach mal selber anschauen und mir selbst ein bild davon machen simi und ich habe ein kleines unboxing gemacht und er hat jetzt seine möwe bekommen freust du dich über deine möwe sami war das so anstrengend naja aber immerhin hast du deine möwe videos sind abgedreht schatzi hat mir nämlich eben beim armbot noch gesagt dass ich morgen ja nicht nach oben kann und filmen kann weil er hier streichen wird und ich mich dann natürlich um julius kümmer das heißt morgen kann ich dann ganz viel schneiden und deswegen habe ich gerade noch ein bisschen gas gegeben bin jetzt aber auch platt für 10 und wird jetzt auch nach unten gehen das waren rein werde dann die speicherkarte meinen laptop schmeißen und da alles rüber ziehen dann werde ich noch ein bisschen durchatmen an der frischen luft und wird dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich duschen und nicht mehr so viel andere sachen machen ja genau abschminken ja das wäre auch noch eine sache und jetzt mal ohne flachs ne ich habe jetzt ja dieses glitzer auch schon richtig lange auf meinen augen da ist nichts von runter gekrümelt das ist wahnsinn hätte ich nicht nicht gedacht dass es so lange hält bin da auch sehr begeistert also heute ist sonntag wo ich sage hätte ich nicht gedacht in vielerlei hinsicht morgen auch wenn julius heute echt gut geschlafen hat und durch geschlafen hat habe ich super schlecht geschlafen naja ich habe jetzt hier so eine to do liste wo ich einiges draufstehen habe was ich heute noch machen möchte und heute nachmittag werden wir auch meine oma besuchen die habe ich eben noch angerufen das heißt heute wird so ein schreibtisch tag mit einem kleinen ausflug in die heimat aber erstmal muss ich irgendwie wach werden das ist Hier haben wir jetzt einmal das Outfit auf The Day, da habe ich so ein Rock von Halara an, das ist einfach saupraktisch, weil du hast hier drunter ja dieses Höschen, dann habe ich hier so ein T-Shirt von C&A drüber, ich glaube das hier ist auch von C&A oder so, ich weiß es nicht, ist halt praktisch, weil hier habe ich die Taschen. Ich habe auch eben schon zwei Videos geschnitten und eins davon auch schon hochgeladen, das andere mache ich dann heute Abend, dass ich das auch bei YouTube soweit fertig stelle und dann gegebenenfalls noch ein Video schneiden, definitiv Bett neu beziehen, weil das sieht aus wie Hund und Kunst, weiß ihr Bescheid. Und vielleicht auch noch Wäsche falten, ich weiß es nicht. Ein paar Sachen von der To-Do-Liste konnte ich schon abhaken, also ein paar wichtige E-Mails habe ich geschrieben, ein paar wichtige Bestellungen habe ich getätigt. Ja! Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day Call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day So komplett konnte ich meine To-Do-Liste jetzt leider nicht abhaken, aber das ist nicht schlimm Die darf auch gerne noch ein paar Tage so stehen und ja, ich übertrage dann ja auch manchmal die ein oder andere Aufgabe. Ist ja auch nicht schlimm. Genau, aber Montag, also morgen kann ich dann noch das ein oder andere abhaken, weil jetzt natürlich der Massagetermin nicht gemacht werden kann. Der Friseurtermin kann nicht gemacht werden und dann schneide ich halt morgen noch das Video, was ich eigentlich für heute angedacht habe. Und vielleicht mache ich dann auch morgen die Wäsche, wie man sieht hinter mir, da geht einiges. Bett wollte ich auf jeden Fall nachher nochmal neu beziehen, denn ich habe einfach Bock heute in einem schönen, frisch bezogenen Bett zu schlafen. Aber ja, jetzt werde ich mich auf jeden Fall in den Feierabend verabschieden, werde duschen gehen, werde meine heutige Belohnung wahrnehmen und ein bisschen Couchzeit mit Schatzi verbringen. Und ja, dann war es das auch schon tatsächlich von dieser Woche. Ja, der Sonntag, das Finale des Vlogs war dann leider nicht so produktiv wie manch anderer Tag, den ihr gesehen habt. Aber so ist das nun mal, ist ja auch vollkommen normal. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!